Liebe Studentinnen, lieber Student, wir sind beim Teil 2 unserer Fragen zum Hörverstehen Thema Brennholz geliefert. Bitte beantworten Sie die Fragen in grammatikalisch korrekten Sätzen. Wir werden Ihnen unseren Lösungsvorschlag im Beschreibungsteil des Videos in Kürze nachliefern. Es sind mehrere Antworten möglich und richtig. Lassen Sie eine abweichende Antwort von einem Deutschen, von einem Muttersprachler auf die Richtigkeit überprüfen. So, nun zu den Fragen. Nummer 5. Wohin muss das Brennholz gebracht werden? Nummer 6. Wo wird das Holz aufgeschichtet? Nummer 7. Wie lange hat die Arbeit gedauert? Nummer 8. Was muss noch gefegt werden? Viel Spaß, viel Erfolg. Tschüss, bis zum nächsten Thema.